Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Episode mit unserem geliebten BVB. Wir haben leider das Zopfspiel verloren, 1-3 gegen die Bayern. Man an sich kann man sagen, die bessere Mannschaft. Man sieht auch 18 zu 8 Schüsse. Die Ballbüsezeiten sind bei uns immer niedrig, das ist ja nichts Besonderes. Allerdings, naja, beim ersten Gegenstreffer hatten wir eine gute Abschlussmöglichkeit. Und haben auch, glaube ich, abgeschlossen, also auf Neuer geschossen, aufs Tor von Mann Neuer geschossen. Er hat gehalten, kam dann Abwurf, die beiden haben nach vorne gespielt schnell. Und dann gab es einfach mal eine 3-zu-1-Situation, was einfach nicht sein kann, was halt nicht sein darf. Ich kann ja, dass wir dann so offen durch die Spielen, nachdem der Gegner den Ball schon hatte. Dann müssen die Abschlussspieler auch mal zurücklaufen oder besser stehen einfach. Das kann einfach nicht sein. Mein zweiter Gegenstreffer, gut, ein guter Freistuss von James. Donnarumma pariert eigentlich ganz zu, zur Seite. Und dann kommt Cesar wieder zum Abschluss und macht ihn einfach rein. Der ist nicht mal Stammspieler, aber gegen uns, ne. Komm, da, hauen wir mal das Beste raus. 93 Millionen Euro haben die für den bezahlt. Okay, also dafür gibt der nicht, das hat der nicht so gute Leistung. 93 Millionen. Wow. Ja gut, dann bin ich zufrieden mit Jadon Sancho. Der heute mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat. 10 Tore von Vorlagen. Wow, wieder mindestens doppelt. Der Junge ist einfach herausragend. Ich finde, da ich es hier nicht so talentiert wäre, als es wahrscheinlich wäre, wenn man diese aktuelle, reelle Saison abgeratet hätte. Aber das wird ja bestimmt dann sein im nächsten Foto-Manager 2020 dann. Ja, naja, gut. Wir haben verloren, haben die Tabellenführung verloren. Aber es sind ja noch 10 Spieler und da kann vieles passieren. Die Bayern sind ja jetzt auch nicht so, dass sie alle Spieler gewinnen. Von daher, die Hoffnung lebt natürlich. Man muss aber auch sagen, wir haben mit Enrique und allen voran Havertz natürlich zwei bittere Verletzungen. Och Manu, warum? Die man natürlich erst mal verkraften muss. Zudem wird sie noch nicht ganz fit, aber ich konnte ihn jetzt spielen lassen. Eventuell lasse ich ihn auch gegen Atletico wieder ran. Dann für Gomez, ich müsste da halt schon die bestmögliche Mannschaft natürlich aufstellen. Und ja, da sehe ich es, Witzel hat schon noch etwas weiter vor Gomez, zumal er ja auch nur unzufrieden ist. Also eventuell nicht die nötigen Aspekte liefern kann, beziehungsweise nicht so gut spielen kann, wie es eigentlich könnte, wenn er zufrieden wäre aktuell bei uns. Zumal auch sein kann, dass deine Körpersprache dann nicht so gut sein wird in so einem wichtigen Spiel. Und da brauchen wir natürlich die Ruhe in Person, die ein Axel Witzel natürlich ist. Das sieht man nicht nur im Spiel, sondern auch in der Realität. Der hat den Jungs schon ganz gut geholfen, dieser Transfer. War zumindest zudem auch nicht allzu teuer. 20, 25, mal war das irgendwie so. Ja, 25. War natürlich ein Top-Transfer. In der Athletik muss es auf jeden Fall deutlich besser laufen. Aber ich schätze die Mannschaft zumindest hier nicht so stark ein wie die Bayern. Also die Chancen stehen, das ist gut, aber wir müssen ja natürlich trotzdem konzentriert bleiben. Wäre blöd, wenn wir schon im Sechzehntelfinale ausscheiden würden. Weil es halt in Anführungsstrichen nur die Euroleague ist, also die Euro Cup hier im Spiel, wie der hier genannt wird. Am Ende wird man sagen, selbst da nur im Sechzehntelfinale gewesen. Gewesen, egal wer der Gegner war. Diallo wird besser, aber hat auch, aber auch schwächer. Auf einigen Positionen. So. 75 Minuten maximal. Bei ihm auch maximal 75. Ich tue aber Gomez. So, da wieder raus. Trotzdem danke für deine Leistung in den letzten Spielen. Eine 6,5. In Madrid 8,3. Ja. Komm, nee, nee, nee. Komm, ich habe ein gutes Gefühl. Seine spanischen Kollegen hat so gut gespielt in Madrid. Er packt es heute wieder auch. Bestimmt. So, Niklas Stark. Bislang noch nicht so gut für uns gespielt. Nur 6,45 nach zwei Spielen. Wow. Aber wird noch, wird noch, wird noch. Dafür ist der Junge zu gut. So, Sakadu, Wolf. Ihr sagt dann leider auch unzufrieden. Kann ich ja verstehen. Kann ich ja verstehen. Harvats. In 2,2. Und in Matos. Und drückt dann 5 bis 10 Tage auf. Okay. Bleibt. Wie jetzt ist. Ich hoffe. Wir machen es heute besser. Schwierig, natürlich ist klasse, wenn es klappen würde. Pulisic machen wir direkt zum Flügelspieler. Und natürlich ist auch noch gerne gleich das Passspiel vertikal einstellen. So, sollen wir auch noch stärker pressen? Ich denke erstmal nicht. Kann man ja gleich je nach Spielverlauf. Erste Aktion Wohl für Atleti. Können klären erstmal. Hakimi klärt, aber Koke kriegt den Ball. Wows, Thomas Lemar. Danny Wows mit der Flanke Donnarumma hat den Ball. Hat den Ball. Sehr gut. Mal gucken, was wir daraus machen. Lange Abschlag. Sehr gut, Niklas Stark. Gomez verteilt den Ball super. Raus auf Pulisic. Ab. Gut. War keine große Chance. Aber, schön gemacht von Sergio. Thomas Lemar. Die Freischlüsse, die müssen wir wohl aufpassen. Die direkten. Komm, ist mit der gelben Karte. Er will es wohl allen zeigen. Geht ihr definitiv beflügelt, wenn man sagt, werdet kreativer. Eventuell 2 ist Gomez zur Pause raus. Wenn Witzel nur eine Halbzeit spielt, das sollte ja kein Problem sein. Sancho. Hm. Naja. Noch nicht die allzu großen Chancen für uns. Mit dem Ergebnis kann ich ja an sich zufrieden sein. Am Ende wird das ja ein Weiterkommen bedeuten. Viel Platz für Koke. So, jetzt war Hakimi. Gomez passt sehr gut auf. Perfekt gemacht. Sergio vielleicht mit dem Flügelwechsel. Sehr gut. Gutes Auge der Spanier. Sancho. Beilschüsse geblockt. Wieder Gomez sieht Hakimi. Pulisic. Sancho. Immerhin alle 5 Schüsse aufs Tor. Wir sind zielgerecht. Bentalab. Der Gomez. Der macht es einfach gut, Sergio. Vielleicht warte ich noch ein bisschen. Marco. Erster Schuss, der nicht direkt aufs Tor geht. So, Halbzeitpause. Ich belasse es, glaube ich, erstmal so. So, gut. Ich hoffe wirklich, dass es hier niemanden auf die faule Haut legt. Das will ich nicht. Dann wechseln will ich es auch noch nicht. Da fühle ich mir das hier zu eng alles. Okay, dann die Rose enger decken. Machen wir. Solange Athlete nicht zum Abschluss kommt, ist natürlich nichts zu befürchten, aber wird schwer sein, das über 90 Minuten so aufrecht zu erhalten. Komm, komm. Sancho. Gut gemacht, aber knapp daneben. Christian ist nervös. Das brauchst du nicht zu sein. Christian, du hast doch schon so viel Erfahrung in deinen jungen Jahren. 25 Minuten noch. 20 Minuten noch. Marco Reus. Ab du Dialog. Was ist das? Oh, oh. Bentalab mit einem gefährlichen Fehler. Passt auf, Krisenmann, Krisenmann. So, Gomes ist in der zweiten Halbzeit weniger zu sehen. Kommt jetzt der erfahrene Witzel. Wird mal mehr Ruhe ins Spiel bringen. Steht doch hier ein routinierter Mittelfeldspieler. Routine ist ganz gut. Ein wichtiger Kopfball. Den er da gewinnt. Sancho mit einer Flanke. Gut. Den kriegt Oblak zu allem Verwundern. Sehr gut gemacht von Niklas Stark. Gegen Thomas Lehmann. Jetzt mal ein Konter. Die machen es nicht allzu schnell. Man sieht, die spielen schon eher vorsichtiger. Unsere Jungs. Sancho. Ja, auch das natürlich. Keine große Chance. Zehn Minuten noch. Die letzten fünf Minuten Spiele schon etwas defensiver. Wobei, bislang hat es gut geklappt. Haben wir wenigstens zugelassen. Also, warum komplett alles auf den Kopf stellen? Natürlich, am Ende eine totale Defensive. Kann man, glaube ich, verstehen. Oh Gott. Uh. Ich dachte so, geht rein. Eieiei. Ich habe nichts für mein Herz das Spiel. Ja, Sancho sieht müde aus. Das stimmt. Kann ich verstehen. Sehr gut, Marco Reus. Mit den letzten Kräften praktisch. Witzel. Witzel, Reus. Marco Reus. Sehr schön raus auf Sancho. Nehmen wir ihn mal raus. Mhm. Marius Wolf. Küchen geht nach links. Und Wolf rein. Tun wir die jetzt schon mal ein bisschen defensiver. So, verteidigen. Verteidigen. Die beiden auch erstmal schon mal verteidigen. Unterstützen. Hängespitze unterstützen. Verteidigen. Und die anderen auch. So, jetzt totale Defensive. Sorry, aber. Muss sein. Diszipliniert. Eng stehen. Zögern. Zack. Zack. Wir spielen nur mit einer Doppelspitze. Okay. Und wir nicht. Ja, den Wechsel würde ich auch gleich noch machen, aber nach der Aktion. Sofern wir noch die Gelegenheit dazu bekommen. Und jetzt kommt der letzte Wechsel. Zagadou für Marco Reus. Oh, nicht nicht so. Zack. Und Bentaleb. Und Witz natürlich auch noch defensiver. Als Abräumer. Das sollte doch ausreißen für die letzten Sekunden. Oh. Noch eine Riesenchance. Ja gut. Gegen sowas hilft auch nicht immer. Ein Apfelspieler mehr. Gegen Distanzschlüsse. Wenn alle in der Apfel stehen. Im 5-Meter-Raum. Dann gibt es natürlich niemanden dahinten. Absicht hat. Das ist natürlich auch so eine Sache. Weil dafür sind eigentlich auch unter anderem Abräumer da. Der Bad ist im Haus. Sehr gut. Das Spiel ist aus. Wir sind weiter. Glanzlos mit einem 0 zu 0. Aber ich würde schon sagen verdient. Im Hinspiel waren wir leicht besser. Im Rückspiel waren wir es auch. Wenn es reicht, dann reicht es. Gut gemacht. Die Halle mit einer 7,2. Bin ich es mit zufrieden. Damit sind wir im Achtelfinale und haben einen der stärksten Konkurrenten ausgeschaltet. Sehr gut. Sehr gut. Schon mal besser als der Spiele in die Bayern. Das war es dann von heute. Das ist auch schon mal erfreulicher. Der Beste bei Atleti wurde Jose Jiménez. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder mit einem Liga-Spiel auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Also ein kleines Derby. Das Borussen-Derby. Macht's gut, Jungs. Und dann sehen wir auch uns Mädels, wer auch immer zuschaut. Und ja, wir sehen uns dann auch, beziehungsweise wir sehen dann auch, gegen wen wir im Achtelfinale spielen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ihr auch. Bis dann. Tschüss, Sikowski.